Herzlich Willkommen zurück, Leute. Neue Runde Cycle mit Kunra. Hello. So, mein Revolver ist geupdatet. Vieler krass. Wir spielen Pilze, Kristalle, Hand. Ist nix hinter uns dieses Mal? Ja, aber vor uns Pilz und Kristall und Monster direkt. Also alles einmal. Sammelst du Pilze ein? Jo, mach ich. Moment, hier direkt Kreds gespawnt. Noch mehr Pilze, sehr gut. Sammelst du dann bei dir weiter? Du hast ja nämlich noch Kristalle und Pilze. Ja. Okay. So, was hast du, haben wir hier für ein Kristall? Ein hunderter. Komm, Biomasse. Du hast Pilze da bei dir. Links, wenn du gleich von mir läufst, das war auch noch Pilze. Da hab ich noch einen. Ja genau, die. Wollte ich jetzt noch einsammeln. Okay, sehr gut. Lass mich dann gleich mal einen Pilz sammeln, damit ich in den Wachstein sehe. Ja. Okay. Dann hunderter vorkommen, easy. Triangles 4, was ist das denn? Du hast bei dir da ja auch noch Pilze. Ja. Irrenabgabendien. So, dann haben wir hier noch Pilze. Nimm mal die hier mit davon sind ja noch mehr Pilze. Hast du mittlerweile Pilze? Ja, ich hab eigentlich aber einen. Alles gut. Ich kann schon mit Waffes bohren. Oh ja, wie du das sagst. Okay, zack, zack, zack. 3, aber wir sind wieder an unserem Passort. Den großen, das muss man sonst nur holen lassen. Oder die normalen. Alter, ich glaube, ich hab so viele Pilze, dass ich so ein Schleier um mich rumziehe. Das kann gut sein. Äh, das ist jetzt sehr viel Hunderter. Wir machen nicht den Tausender. Ja. Wir geben dann nach die Pilze. Wie viele Pilze hast du? 800. 100. Ich hab 250, das sind zwei Abgaben. Wenn wir es noch ein paar finden, haben wir vielleicht sogar die auch frei. Nein, oder was? Machen wir einfach hier die kleinen. Dann geben wir ab und dann können wir das große verdienen. Ja, wir sollten definitiv die Freude bitte abnehmen. Das wäre bitte, wenn wir die verlieren. Neh mal hier ne Zahnvorrichtung mit. Ging mal durch. Weiter, weiter, weiter. Alles was unter 400 ist, kannst du alleine machen. Ja, stimmt auch wieder. Hier unten sieht dann ein 200er aus. Das hier ist ein... Ah, das sind auch 400er. Ja, mach den schon mal an, ich kann dir von hier helfen. Okay. Wollen wir die rein? Jo. Jetzt geht es weiter. nicht fertig noch mal 2 200 sein wir haben jeden fall schon mal ein pvp spieler wo ist er warum sehe ich ihn nicht auf anhieb reicht es noch nicht was er gekünktet zu sehen auch nicht kann sein dass er auf der 1 nimmst den anderen kristall direkt den oben den hier spieler richtung dem kristall hier oh shit ich generiere jetzt bist du schön gott die sind machbar sie ist fast down, sie ist super low, sie ist one hit, mit lowmfeld, er müsste eher bei mir stehen, am kristall, rechts am kristall, auch keine rüstung mehr, meine down, kannst du links finischen, er ist weggeportet, links direkt, achso du meinst den kristall, ne ich mein schon den spieler, aber er ist auch weg, die werden wieder kommen, oh ich habe da nicht, ich kriege Pilze verloren, oh die liegen hier alle, was war passiert, du hast ihn gefallen, ich weiß es nicht, also wahrscheinlich weil ich mein Schild komplett verloren hatte, aber ich habe jetzt auf jeden Fall auch mehr Pilze als vorher, das muss auch von denen was gewesen sein, ja lass uns da zu der Pilzabgabestation auf die Welt zu rennen, wie viel hast du jetzt, 600, ich habe 900, oh dann ist hier ein besonderer Pilz, weil jetzt leuchtest du, hier sind auf jeden Fall noch mal dicke Pilze, der hier wahrscheinlich, ich habe wieder so einen großen eingesammelt, ich habe jetzt auch 800, ja wir müssen auf jeden Fall die wegbringen, aber hier rechts sind auch noch mal Pilze, gerade Pilze, gerade Pilze, gerade mit Coins, nearing the end of this Uplink-Fuse. Are you ready? Ja. Oh, Schadell, 1 AP, ich stand da. Aber hier ist keine Abgabestation, ne? Ne, das nicht, aber wir laufen weiter drauf zu. Was ist das hier? Ein Powerstar. Hier sind auch noch mal Pilze? Gleich an der Abgabestation, ist nicht so weit, und dann noch ein 50er, dann kriegen wir da auch noch mal 5. Also wir machen jetzt gleich richtig Dick-Points, und noch stehen wir gar nicht auf dem Radar, also, ja doch, wir sind noch zweiter, dritter. Müssen wir nur die Pilze loswerden. Wenn wir die losbekommen, wäre das nice. Ich habe 1000. Ich habe 1300. Ja, das sind drei auf jeden Fall, und dann fehlen wahrscheinlich welche. Ich bin da. Jo, ich bin knapp hinter dir. Dann haben wir hier auch noch einen Hunt. Dann, wenn wir keine Pilze haben, können wir uns auch noch... Oh, der Boss ist bei uns! Naja, Waffen upgraden oder so. Waffen habe ich geupgraded? Ich habe keine Pilze mehr, wie sieht es bei dir aus? Äh, ich auch nicht. Okay, dann los zum Boss, würde ich sagen, oder? Jo. Äh, warte... Hol die Handgrenade. So, wir sind Platz 1 mit 11 Sternen. Pilzeabgabe 1500. Hier ist das Bossgebiet. Wie funktioniert das? Muss man den rauslocken? Oder kommt der erst? Bei dem Boss, also bei diesem anderen Gebiet. Ja, ja, ja. Lass uns den Dreier holen. Ich glaube, der Boss kommt, wenn alle Spieler so und so viele Handmissionen gemacht haben. Das könnte ich mir vorstellen gerade. Das könnte sein, ja. Dann steigt die Zahl anstatt zu sinken. Weil es nicht seine HP ist, sondern was die Leute schon getötet haben. Oh, wohnt sich da hinten laufen weg? Da hinten war nicht, ja, glaube ich. Mach mal epische. Okay, drei Monster, da haben wir auch nur super 5, das kriegen wir auch noch. Ablegen wäre halt nicht schlecht. Ja, definitiv. So eine Mission immer. Das ist weg. Ja, dann hinter uns ist der neue Hand. Rechts und Pilze nimmst du Pilze mit? Ja. Gehe ich zu dem... Das sind zwei Handmissionen, glaube ich, aufeinander, wenn ich das richtig sehe. Da ballern die auch, deswegen. Wahrscheinlich noch die Pilze. Hier vor mir ist auch noch irgendeine Handmission, glaube ich. Ja, ich würde lieber die Spieler wegmachen, oder? Ja, ich komme sofort. Ja, sind beide bei mir. Schade, bist du da bist? Ja. Du flankst die gerade. Ich habe immer noch mein Schild, alles gut. Einer ist komplett hoch zu mir. Deiner hat kein Schild mehr. Jo. Die Granate hat gesessen. Er ist immer noch hinter seinem Bubble-Ding. Da kann ich nicht rein. Doch, da kann man rein. Ich habe ihn von oben. Ich bin aufgehoben. Down. Was mit dem bei dir? Beide down. Der sind, glaube ich, auch schon in Lasten. Der hier nicht. Der hier leuchtet schon golden. Wir sind scooblos. Wir sind scooblos. Eine Heilkuppel. Nehmen wir die Fuzzi aus. Der hat auch nur eine Core hier. Triangle Sphere habe ich auch schon. Okay. Welchen Pilz hast du? Ähm. 150 nur. Okay, okay. Dann lieber die Handmission oben. Wir sind beide markiert. Aber wir kriegen den Boss, wenn die weiter Monster töten. Und alle Monster-Camps sind eher unten rechts. Aber dadurch, dass die Zahl nicht steigt, scheint... Ich habe den langen Leg. Ah, nee. Alles gut. Wo ist der eine denn hingeflogen? Wir wollen die Biomasse einsammeln. Mal. Sehr gut. Raiden. Raiden. Hier ist so ein Nest, glaube ich. Ja. Nimm den Kristall. Ich hole die Pilze links. Den weiter, wenn ich gerade am Map-Rand aufhalt, desto besser ist. Oh, wenn wir den Kristall einsammeln, dann kriegen wir plus 5. Stimmt, ja. Das ist genau bis zu. Das sind deine Schüsse, oder? Ja, das sind deine Schüsse. Da fehlt noch Pilze wieder. Auch ein Kristall. Nein, ist das ein 100er Kristall. Nee, 200er. Aber auch ein 200er. Aber schön am Map-Rand ist ganz gut. Jo. Weil die Leute erstmal hinschicken. Aber die Leute killen keine Mobs mehr. Ja. Du warst nicht im Last State, ne? Wir waren beide. Wir waren nicht im Last. Körst nicht. Also. Ich war nicht im Last State. Hier oben können wir kaum was machen. Ähm. Dann lass es, äh. Von dir aus nach rechts gehen, dass wir langsam zu dem weißen Kristall kommen. da hin weise muss heißt noch ein tausender davon auch nicht vergessen der ist ja soweit sogar vorbereitet da ist ja nix mehr also die drumherum sind ja schon weg aber es werden keine handmission mehr gemacht doch einer macht wieder was wir müssen darauf achten welches weg geht ab man auge auf die oberen beiden die anderen sind uns ja egal da kommt ein pvp-dude auf uns zu jetzt läuft er in die mitte also er läuft in der mitte gerade rum 400er ist eigentlich gut stufe 6 der boss ist gleich was zum boss das ist nichts oben weg gehen das glaube ich der relativ mittig weggegangen unten links fehlt auf jeden fall unten sind die ganzen pilz camps ja ich will auch gerade sagen neue pilzer da noch mal auf 1500 insgesamt kommen hat so schon wieder welche ich habe 200 ich bin bei 150 ich bin bei 150 ich bin bei uns auch im pilz camp weil halt auch noch mal ein save für ihn war ne wir warten ja eh auf den boss der ist eh noch nicht da ist richtig 550 150 das sind 700 800 800 ja schauen wir mal mit dem pilz camp die auch eben fahren wir auch weil was schön an dem mobs ist wenn einer explodiert ja 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 ich bin ja ja irgendwo der große oder einen großen habe ich eingesammelt das waren alle und der boss ist nicht weiter aber wir sollten abgeben ja ich lass von pilzen 450 950 reicht doch mal 1500 wird wahrscheinlich schwer ja das wird wegen lieber abgeben und warten dass jetzt noch alles ist hier rechts wenn das sind 400er werden wir das auch noch mal 500 punkte ja ist 400 ja trotzdem magierig wo ist der pvp der geht mir nach unten liegen ja mal nur noch vier minuten ja das wir machen ja wenn das ein sechster ist der boss welt noch optimal ist aber dadurch dass die leute die hand mission nicht mal kommen wir auch nicht weiter also richtig den ganzen missionen stellen was ist das oder haben auch welche fünf kristalle wenn du noch zweiter gerade aber wir haben ja noch die neun punkte dritter gerade aber das machen ach hier liegen toten spieler der eine der eine deppen der andere ist hier nicht von einem spieler natürlich dass er nicht mehr sehen damit sind wir wieder erst und in drei minuten endet die runde deswegen pilze noch weg ja pilze noch weg gut dann haben wir aber den anderen wesens die monster hand mission ebenfalls geschlossen weil sie uns die nicht schenken wollten hier was anderes zu weit weg ja und wir müssen jetzt nur in die mittel wir machen jetzt noch mal vier plus da muss vor zwei jetzt noch mal gut was rauslegen vom vor drei sind kleiner gestorben also wir kämpfen wirklich nur mit dem top 2 wahrscheinlich sehr gut wir sind weg oder? ne haben wir eh nicht da gehts mal einfach abhauen oh von squad 2 ist einer tot der wird nichts mehr machen der muss alleine sechs punkte holen dann ja dafür müsst ihr ja noch zwei sachen machen also zwei fünfer müsst ihr ja dafür noch machen oder ein paar leute töten abhauen ja stimmt wenn wir abhauen fliegen wir wohl zwei wenn wir abhauen oh stimmt warum ist die eigentlich so fette gerade gewesen warum sind die überhaupt so fette monster die äh weil der sturm ach so hauen wir ab weiter weiter ja weiter komm wir müssen auch noch zur mitte kommen die weg ist auch schon gelände das heißt es müsste clear sein ja pilze brauchen wir auch nicht einsammeln ne ne spot 3 ist schon abgehauen kommt also wirklich auf diesen juice bops an den meisten hat die weder nie mitgenommen weil das fliege exkubiert ist ok wir gehen ein beschwerver rein ne ich hab beschossen von denen ich bin sicher du bist durch kotze gelaufen kann auch kotze gelaufen sein ja da ist das schiff du bist da ja 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 das ist der pvpler aber der ist egal für uns das ist nicht und rein ich bin reingesprungen ok was macht er er auf den juice box kommt uns an ey ich guck ihm grad zu er fährt mitm auto rein er fährt mitm auto rein er fährt mitm auto rein beobachten wieder drücken er fährt einfach er geht raus nice ok damit haben wir gewonnen kann uns da noch irgendwer weiß nee spot 6 hat 3 punkte nee spot 6 hat 3 punkte nee spot spot wir haben nur mit 2 mission streng gespielt also selbst wenn wir den hand nicht hätten hätten wir 24 plus abhauen oh nice ey und wir hatten nur durch pilze und monster gewonnen die einen hier mit 19 punkten warum sind die mit 19 punkten so weit unten die sind doch ach doch die sind beide tot ja stimmt ja einer ist abgehauen ne im 19 die punkte stehen ja mal beim squad die sind beide down ja stimmt sie sind schon relativ früh gestorben deswegen stehen wir auf der liste ja nice sind alle raus das wars ne ja dein squad hat gewonnen und leute wir haben es geschafft eine duo runde gewonnen und wenn es euch gefallen hat lasst ein like auf jeden Fall tschüss